hallo und herzlich willkommen zurück zu arg aberration fast arg valgoero aber wir sind ein aberration mit dem weidevolnir und dem floki hallo wo müssen wir lang hier so unsere aber ranzigen spinos sind fertig es wurde sich über meinen namen beschwert für meinen die nur ich weiß gar nicht warum spirituelle auch nicht toter spieler 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 ist ja altgriechisch für geist weißt du das so schnell wie ein geist da wissen die gar nicht wo man ja zack tot aber gut über die geschwindigkeit kann man sie jetzt wirklich nicht beklagen von den spinos und alle da eigentlich ich hoffe doch dass ihr noch dran seid ne ne wir kommen wir kaum hinterher bei dem geist dachte ich mir winkelpause gibt es erst einmal da sind und nein ich muss aber so viel richtig glaube ich glaube es auch nicht stunden hast recht bin falsch abgebogen dass man hätte ein bisschen mehr an der wand lande muss naja ich wollte hier noch mal kurz reinkommen stimmt die kakinos und ja auch noch poly mehr so nebenbei organisches ja richtig jetzt einmal da hoch das ist ja tauche gerade ab hier jetzt getaucht und das ist ein lila loot und laune loot nimm dir mal mit da stehe ich drauf taschenlampe und karno sattel in lila gott sei dank so ist es es regnet jedenfalls höre ich es regnen ja ja hier in der höhle ich habe mich dabei denn schon wieder immer an der wand lang ach ja tatsächlich bin falsch abgebogen das ist so ihr solltet allerdings einmal ausstehen und staunen wir haben selbstverständlich hier auch ein paar anzüge mit aber was heißt ein paar eigentlich nur einen für jeden der muss reichen der muss jetzt erstmal mehr edelsteine waren noch nicht da richtig deswegen sind wir unter anderem auch hier ich gehe mal voran jetzt angezogen ja 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 ist auch notwendig ja ja hier unten strahlt es dann schon stolz über beide ohren ich höre es knistern so strahlig ist das hier ja dann irgendwo sehe ich hier auch ein paar da kommt irgendwas schadzahlen die seeker schulter bei dir auch das ist glaube ich der 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 anzug in den schaden halt durch die verstrahlung schaden das ist ja schon der das artefakt oder das ist ein loot ja ja oh es ging schnell also mal ein rotzlöffel hat es äh ich brauche mal einen neuen 13 grüne kristalle grüne rum grüne ja oh mein rotzlöffel eine trauerminute für den rotzlöffel naja bitte wir leben jetzt ein bisschen länger aber die strahlung ist echt ekelig so die haltbarkeit ist auch schon auf 83 runter von 85 es geht ist die frage woran müssen wir jetzt hier jetzt habe ich keine ahnung mehr weiß ich auch nicht immer noch mal hier schassiker gibt es ja immer noch bestimmt nach unten weiter rein oder würde ich auch mal tippen ja auch hier ist ganz viel action mal schön ein bisschen nach kristall noch halten ohne nachschub wird es dann schwierig rot und blau wenn es geht ja ja ich glaube wir müssen wenn rechts rum ja ist hier links ne da ist nur der abhang wollte wir da runter stürzen wollen ne wahrscheinlich ja nicht hier war was aber auch am gebäude vielleicht sind wir hier gar nicht so verkehrt ja oh hier geht es einmal runter hui ja keine abhänger kommt man da runter vielleicht gibt es irgendwo einen weg runter oh hier geht es irgendwie rein hier rechts geht es nicht wirklich weiter ja da geht es nur rüber und dann kann es abstürzen ne ok hier links geht es aber nicht weiter auch nicht dann müssen wir zurück ja da kann ich von jetzt sagen wenn ich meinen da ist doch ganz gut wenn du auf der stelle dich drehen kannst mit ja hm hier lang oder wo weiß nicht geht es da unten da ist aber auch nur so ein abhang oder täuscht mich das geht es da weiter hier geht es irgendwie weiter da sind blaue kristalle schon mal ist schon mal gut oh ja rote kommen ja auch raus aus dem blauen hier da wo ich bin im großen oder weil es nicht hier wo wir sind keiner bei mir das beruhigt mich hier kommen aber rote raus auch bei den blauen da raus auch noch nicht zu knapp dann ist ja gut dann die Taschen voll hier erstmal genug Anziege machen können im nächsten mal wir brauchen eigentlich nur blaue blaue hauptsächlich für die Anzüge die roten haben wir nur für die Gasdingern gebraucht ja blaue kommen aber auch raus ich habe jetzt 81 blaue 49 gute ich habe 199 blaue und 74 blaue habe ich auch schon ne das ist doch ganz gut nein also für einen neuen Anzug für jeden reicht es schon mal fast wieder ja der Anzug ist aber auch noch gut geht weiter durch wie sahen denn die wie waren denn die roten was die waren damit bei bei dem blauen wo du gesagt hast so ein blauen ne weil heute sagt die er wäre noch groter also ich denke mal es wird das ähnlich gewesen sein was waren die so große durfte ja leider nicht einmal drauf rauen warum nicht ja dann machen sich nicht ich habe mich aber auch nicht gewundert wenn die Spitzhacke nicht da gewesen wäre Spitzhacke habe ich immer mit Axt habe ich nicht warum nicht weil ich nie auf irgendwas drauf habe wo ich eine Axt will brauchen Holz irgendwann ist es soweit naja am anfang schon aber wenn du Biber hast und hast du deine Tiere dann brauchst du keine Axt mehr ich mach 5 Holz braucht natürlich so mit der Spitzhacke hin hier geht es aber übel runter Entschuldigung aber ne doch nicht hier sind noch mal welche wenn der Floki nochmal abbauen möchte ja hier in der Ecke auch die hier was machst du denn da gar nichts ich stehe einfach nur rum ich muss hier bleiben oh oh hier jo noch mehr? ja wo ist denn der Spinner? wo ist denn der Spinner? der Schütze mich überladen na gut ich denke wir haben auch schon ein paar dabei jetzt mittlerweile joa also ich habe jetzt 288 noch ein bisschen noch ein bisschen oh da werden wir es runter müssen ähm ich befürchte dann müssen wir runter aber da muss ein Weg runter geben ja seid ihr hier nicht? ne gegenüber irgendwie glaube ich aber wie kommt man da hin? da wo wir am Anfang sind da wo wir am Anfang sind war das komm man hier noch durch oder? ne ne? naja guck mal ach du scheiße jetzt und wir brauchen da noch ein Spino nein muss ich ja auch einfach teleportieren im Notfall dann zum ganzen Grenzen nur mit äh versuch's mal Alter ne hier komm ich nicht mehr raus wer steht denn jetzt nicht direkt am Abgrund? ich 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 mach ich mal gerade ich was ich komm jetzt zu weitern joa schön in mich rein wo wo denn jetzt? ja hier links fällt ein ne wir müssen da zurück wo wir hergekommen sind quasi und dann äh gucken ob wir auf der andere Seite runterkommen joa oh leute soll ich euch mal sagen was ich von den Spinos und ihrer Bewegungsfähigkeit halte? ne 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 das ist doch nicht mit dir ich bin eben mal vorbei geritten der irgendwo um den Stein gekleppt hat da vorne gehts wir müssen noch ein Stückchen rum gehts auch nicht rum so ne wir müssen noch ein Stückchen weiter geradeaus und dann muss immer mehr Zeit wir haben uns bei uns bei mir langs ja joa weißt ein Alpha da ging was ach ha kann man los ah nix die frühstücken wir weg ja dann packen wir uns nix 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 Und noch zwei Lange drauf rumbeißen Die Waldhälzer öffelt ja aus Da stürzt sich Oh ja Oh, da sind die Kristalle Dann hätten wir gegeben doch mal kurz warten Oh, da haben wir drei Level gab's noch mal Hier sind wir runtergekommen? Nee, hier sind wir da nicht runtergekommen Doch, da sind wir runtergekommen Haben wir direkt an blauen Kristallen vorbeigeritten? Selbstverständlich Okay Gut Wir müssen aber hier lang Wir müssen doch dann in die andere Richtung Richtig Sind wir hier lang gegangen? Nee Nee, auch noch nicht Aber hier linker sind wir noch lang Na, hier sind wir runtergekommen und da lang gelaufen Da kommen wir gerade her Wo hier? Ja Nein Wir sind runtergekommen und gerade ausgelaufen Nein, wir sind rechts rüber, da wo wir gerade her sind Okay Hier waren wir noch nicht Hier waren wir noch nicht Hm Nein, hier waren wir definitiv noch nicht Da nehme ich dir recht, aber Aber du bist dir ganz sicher Ja, wir sind runter, als wir reingekommen sind, sind wir runtergelaufen und gerade ausgelaufen Aber ein ganz kleines Stück, dann sind wir rechts rum halt Da wo wir eben waren Okay Ja, 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 ja Die brauchen wir nicht Die brauchen wir nicht Die brauchen wir nicht Haben wir genug, oder? Naja, ein Anzug kostet schon mal um die 100, fast 200 blaue Kristalle Na, Gott Ah, okay Fast Guckt ihr mal? Dann baue ich mal ein bisschen Ja Das ist ja schwer Schwere zu lösen, ne? Ja Im normalen Kristalle muss man wegschmeißen Ja, genau Blödes, jetzt gehts eher bergauf wieder als bergauf Ja, aber das ist nicht ungewöhnlich Weil, äh, Operation war es auch immer richtig kacke, oder? Da ging es auch in eine tausend Richtung Da ist es irgendwie nach unten, ein bisschen nach oben gegangen Ja, es ist alle nochmal ohne Ende, ne? Ja, so langsam, ich mein, es wird irgendwann, ne? Wird es eng vom Gewicht her Naja Ja Wieviel sollten wir uns auch nicht Sooo Aber wir müssten hier unten irgendwie runter Aber, wie kommen wir da hin zum Teufel? Springen Ja, in der Tat Ja Wobei von hier aus wird es noch gehen, ja Sie sich ein bisschen runterseilt Am anderen Rand, da kannst du wirklich in der Hut springen Wobei ich habe einen Fallschirm, wir können uns einfach runter stürzen hier Gucken wir hier immer so falsch hin, ja doch gar nicht Aber hier ist echt keine Möglichkeit vorgesehen, den Winter zu eiern, ne? Doch, bestimmt Ja, das meinst du nicht? Ich muss den Fuß weg Hier links geht es ja auch noch, aber ich denke mal, das ist auch ein Eingang hier rein Alles gut Also, Kristalle gibt es hier unten ja noch in Löcher, also Hm Hm Hier leuchtet es ja schön Ja Ja, sieht gut aus, ne? Leuchtpistall Und Salzpistall Ja, aber runter ist jetzt hier auch nicht so richtig Vorgesehen Ich glaube, es geht hier auch nicht groß weiter, ne? Ne, sieht nicht so aus Ob es doch ganz hinten nochmal länger runter geht, dass da noch ein Durchgang ist? Ja, hier nochmal ein bisschen was ab Ja, bleibt eigentlich nur den Weg nochmal zurück und, äh Die letzte Möglichkeit noch ausschwimmen Die letzte Möglichkeit, ansonsten heißt es, äh, springen Ja, dann ab und zurück 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 Ja, da ab und zurück Wollen wir mal auf die anderen Bauten, oder? Ja, ich hab euch den Blick. Okay. Weide, bist du an mir dran? Ja. Der Felsen ist zu hoch, da kommen wir nicht rüber. Okay. Okay, dann müssen wir hier auch was machen. Wir haben ein paar Demo-Morphons angestochen. Sind aggressiv hinter euch her. Morphodons, die waren aber auch schon hinter euch her. Hier geht's aber, wie geht's da runter, ne? Ja, genau. Wir sind hier mal geradeaus noch weiter. Eine Möglichkeit gibt's ja noch. Wenn ihr mich fragt, sind die an Floki dran, aber... Wer denn? Morphodons, machen wir weiter. Ja, die sind an mir dran. Ich hab schon auch einen Angewitter. Ich hab' ich schnell losgelaufen. Ei, 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 ei. Ich bin da schon und dreißig. Der Kaus ist schon mal ein bisschen noch rum. Ne, also ich weiß nicht, wo es runter geht. Ob es noch einen zweiten Eingang gibt. Jedenfalls hier geht's nicht runter. Hier gibt's einen schönen Wasserfall. Gehen wir mal gerade auch, was geht nicht, oder was? Gehen wir da nicht drüber, da? Da waren wir ja drüben auf der anderen Seite schon. Ja? Naja, drüben waren wir schon. Gehen wir mal über den Fluss. Kann man diese Kristalle ja auch abbauen? Ich glaub' die sind nur zu Deko-Zwecken da. Ich würd' nicht in das radioaktive Wasser springen. Hab' ich nur nen Schutzanzug an oder nicht? Ich weiß nicht, ob der nicht vor radioaktivem Wasser schützt. War nur ein Wasser. Ist die Frage, wie geht's runter? Ja. Äh, also ich komm' hier zumindest durch. Naja, da waren wir ja, wie gesagt, schon. Bist du sicher? Hundertprozentig. Sind wir schon über diesen Wasserfall rüber? Ne, da sind wir ja nicht rüber gelaufen. Es muss nen Weg nach unten geben. Es muss nen Weg zur Fußnahme an mir und da bin ich auch fest, wenn überzeugt. Bist du da drüben noch? Ja. Komm' wir mal. Nein, ich steh' nicht irgendwann mit dem allerwertesten Angewand. Ne, ne, ich bin zu Fuß. Tja. Ja, nur hier. Ich fürchte, er hat recht. Ja. Gut, wir können ja nochmal gucken, ob wir ja noch irgendwas sehen. Aber runterstürzen ist ja auch nicht viel, ne? Ne, das geht gleich so richtig runter. Ja, wohl da vorne weiter geht's am Rand, da könnte man... Das Schöne ist, dass beide in Swinney hier sind, das heißt, äh... Wir sind auf einer anderen Seite, also... Naja, du bist hier rüber. Wir sind hier auf der Seite, wo wir gerade waren. Das hier ist die Bücke, über die wir rübergekommen sind. Also, ist dieser Wasserfall? Ja, nicht wirklich. Oh. Hier waren wir ja schon überall gewesen. Merkwürdig. Vielleicht finden wir einen Weg, wenn wir unten sind. Ja. Wenn wir irgendwie eine vernünftige Möglichkeit haben, runterzukommen. Ja, springen, hier hinten geht's doch. Da war es noch nicht ganz so hoch mit dem Fallschirm runter und die Dinos können wir nachholen. Ja, warum nicht? Äh. Ah, dieser Scheiß... Gottverdammt. Seeker? Ne, die Steine, an die man hier hängen bleibt. Dann waren das jetzt eigentlich nur hinten durch, ne? Ja, hinten durch, am Rand, wo der andere Ausgang war quasi, oder Eingang. Äh... Da war es, wenn es nicht ganz so hoch. Okay, warum hängst du in der Luft? Eigentlich gar nicht. Okay. Aber was ist der Bank? Äh... Also... Wieso läuft dein Spino weg und du bleibst immer noch in der Luft hängen? Bei mir sieht alles gut aus. Ich glaube, ich habe den Weg nach unten gefunden. Ob wenn es mir nicht glaubt, aber... Ne, eigentlich eher schwierig bei dir, aber... Zeig mal. Äh, warte mal, ich gehe mal ein Stück, dann können wir mal ziehen. Ich bin gekommen, aber ich glaube nicht, dass ich hier schon war. Ne, ich habe den Weg, glaube ich, gefunden, aber... Ach, wie kommt es da runter? Ich sehe dich von oben. Kommt mal. Ja, ich sehe ihn jetzt auch. Den hat wohl vorhin irgendetwas, der da rumgelaufen ist, verpasst. Jetzt hat er ihn ja gefunden. Ja. Spocky ist schon da. Das ist nur so ein ganz schmaler Arm gewesen. Im Dunkeln, das war nicht so leicht. Jetzt kommen die Ausreden wieder. Das hat ja nichts mit Ausreden zu tun. Das ist... Schmaler Arm, dunkel... Ich will meine Belogi-Jugend, dass ich das gesehen habe. Seid ihr denn? Gut gemacht. Ich habe keine Ahnung. Geschenke hat er ja einen Felsen fest. Ja, machen wir den Brot. Harte, ey. Ich jetzt bin nicht bei Sweetie hinten gegangen. Irgendwo hier muss es gleich runtergehen. Wir sind doch vorhin aber definitiv angelaufen. Ja, aber irgendwo gab es halt noch einen kleinen Seitennamen, habe ich gerade gesehen von oben. Ja. Nur hier geht es wohl nicht lang. Achso, soll ich nochmal hochkommen, oder was? Ich auch. Ach bitte, wenn du es gefunden hast, finden wir es schon lange. Das ist ja eigentlich alles. Wir hacken da immer auf uns rum, ey. Netten Seeker. Bei diesen Krüppelbäumen. Ihr seid ja richtig. Da habe ich eben schon den gesehen. Hier runter, 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 runter. War ich eben fest hier? Ja, wie gesagt. Da ist er, ist denke ich fertig fest. Da ist Krüppelbäumen. So. Ja, ich komme. So. 20 Dimorphodons oder sowas im Schlipthau. War noch klar, dass er einen Weg nach unten geben muss. Na ja. Der Floki hat uns gerettet. Da wieder. Da schlaufe ich da gleich wieder im Stehen. So, eigentlich Drachenschlucht hier, ne? Ja, man sieht's. Leider ohne Rockwings. Vorerst. Wir müssen weiter runter, wa? Wenn wir... Bestimmt. Ich bin raus, ne? Ich habe hier den Armin ja runtergefunden. Wie muss das Artefakt jetzt finden? Ja, ist ja kein Problem. Na dann. Aber ich denke mal schon an der tiefsten Stelle. Das ist auch ein Dringelnarsch. Verweide, du. Also, Kristalle gibt's echt noch und nicht, ja? Ja. Ich glaube, ich habe was. Na, ist ein Lootcrate noch. Und vielleicht kann ich mich nicht mehr bewegen. Das ändert mich Aramee. Ist ein Lootcrate. Ja. Na, wer loutet? Ich bin auch am Aufräumen hier. Mir egal. Und einer von der Nachhut. Auch Floki hat sich so schön hier runtergebracht. Ja, weil der guckt. Schlange. Schlange. Ja, rennt immer ruhig vor. Wir brauchen ja nicht zusammenbleiben hier unten. Hast du doch gerade gesagt? Vor allem fressen die nicht mal alles auf, ne? Die gehen ja einfach an den Tieren vorbei. Haben wir halt nicht nötig, alles aufzuerst. Wir sind keine Arsfresser. Sind's aber schon... Bis ich zürfe mal 00. Bis sind diese hier, ja? Ja. Macht's nicht gerade einfacher mit der Wegfindung. Ist noch ein Lootcrate? Oh, Rüstung ist ja feil. Wir müssen auch noch irgendwie... Na gut, wir können ja... Willst du do looten? Do looten? Du looten? Du looten? Du looten? Du looten? Du looten? Wow. Schiegt die Improfpanzer nicht richtig. Wenn das... Veneide ich sie hier schon ein bisschen. Ach cool. Guck mal. Hier ist auch so ein... So eine Dreiecks... Vierecksstruktur hier, die... Jo. Du musst, glaub ich, rechts rum. Ja? Oder? Ja, weiß ich nicht. Also... Ich seh nicht viel, ob's rechts oder links rum ist. Aber hier geht's auch lang. Aber hier geht's nicht lang. Hier geht's auch lang. Hier geht's nicht lang. Okay, hier geht's nicht lang. Nein. Guck, ist das hier die sich? Bringt das eigentlich was? Äh, nein. Boah, ist das doch größer, wie ich dachte hier. Oh. Nein. Hilfe. Vergasse. Hm, okay. Aber es geht hier nicht weiter. Nee. Wo ist dann... Da müssen wir tauchen. Befürchte ich auch. Nee. Abzweigung. Waren nur noch drei Stück. Wenn, dann auf der anderen Seite vom See oder nicht. Nee, da geht's auch nicht weiter. Da waren wir schon. Könnt ihr mal? Könnt ihr mal? Wir können eine Menge. Was wollen wir denn? Was soll hier gehen? Ihr könnt nicht mal? Schade. Eigentlich saß ich hinten. Ach, wo? Mach mehr aus? Ja, aus. Wir müssen bestimmt wieder diesen Regen hier folgen. Ach nee, da sind wir hergekommen, ne? Da sind wir hergekommen. Wir sind hergekommen, ja. Geht's hier nur irgendwo rein? Man sieht ja auch so beschissen. Hey. Wir haben keinen Blick ins Wasser geworfen da hinten, ne? Ja. Keine Ahnung, wollen wir nochmal erheben, oder? Wo wir jetzt zurückgehen und dann machen wir doch was? Ich weiß nicht, ob es was da tödlich ist. Das weiß ich auch nicht, aber... Wo ist denn? Wo ist denn die Kapi? Wir haben hier. Ja. 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 ich jetzt gedacht da gab es noch einen weg wer will denn soll ich machen oder was geht doch mit dem dino rein wenn er schaden kriegt dann wo ich bin ich bleibe hier ich steige hier nicht ab hier vorher rum wenn ich absteige das geht gar nicht sag mal ab bei dir alles normal das ist jetzt geht es auch wirklich aufgenommen Guck's dir an! Ähm, was ist denn nun? Weiß nicht. Traust dich nicht. Ach scheiße. Naja. Aber... Das scheint mir jetzt nicht. Ganz schön flach, ne? Aber Schaden gibt's auch keinen. Es ist ziemlich flach, aber... Ich seh hier nichts besonderes. Lassen wir mal kurz zurück zur Schlucht, bevor die... Äh... Anzüge im Arsch hoch machen. Erstmal, ich muss mich mal zu einem von euch porten. Kurz. Zu mir am besten. So, Schaden genommen hat er nicht. Alles gut. In der Smiddy eigentlich hin. Er ist glaube ich schon rausgeritten wieder, ne? Ja. Er hat sich mit dem Artefakt schon auf dem Weg nach Hause gemacht. Wahrscheinlich. Alles naja. Ja. Ja, schön wär's. Lieg ich schon am... Schon in der Base am Pool. Bist du denn ein bisschen vorgelaufen oder was? Nein, nein. Ist hinter uns. Ach so. Ich bin die Nachhut. Oh Gott. Ich bin die Vorhut? Ja. Wollt's ja spannend machen. Spannender geht's ja kaum. Ja, deswegen ja. Wer schon den mit jedem Spino gekriegt hat, der muss eben nach vorn. So, hier müssen wir irgendwie noch einen anderen Weg finden. Hier ist das schon mal ne Abzweigung, oder? Ja. Wo sind wir denn hergekommen? Und um. Also... Rechts oder links? Hier links um die Ecke sind wir runtergekommen, oder? Hier geht's Berg auch? Ja, da sind wir hergekommen, Mann. Ach so, okay. Nee, da sind wir nicht hergekommen. Nein? Hier geht's gar nicht weiter. Okay. So, ne, dann sind wir da nicht hergekommen. Hier, wo ich stehe, da sind wir runtergekommen. Ey, da ist ein Stein, der ist so groß wie mein Fußnagel. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hier sind wir runtergekommen, Mann. Ja. Ach so, nee, dann den anderen Weg. Nee, nee, hier nicht. Hier, wo wir jetzt sind wir nicht runtergekommen, da wo da... Ja, komm. Da ist es doch. Wo? Hier, vor mir. Ja. Ach da, ja. Jetzt ist es auch. Feuern. Seid ihr mal. Es war echt einfach. Ein Fakt des Torechters und verbrannter Stachelskin. Wofür ist der? Den kannst du dir auf deinen verbrannten Stachel stecken. Auf dem Speer oder auf dem Spieken, wollte ich schon sagen. Auf der Pike. Das ist jetzt... Ah ne, da ist es ja nochmal. Jo. Ach so. Der Stachel. Back to the base? Ja. Ach so, und Transport hat keiner mit, ne? Ähm... Weidach doch normalerweise immer. Ne, im Vogel eigentlich sonst. Hol dir den Vogel doch her. Ne. Versteh ich jetzt gar nichts. Warte mal, weide in dein Baryonyx, war einer. Du hast den rausgenommen. Der müsste doch damit klarkommen. Ja, 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 stimmt. Hol ich mir den mal. Bary White kommt damit klar. Jo. Ist doch ein aberrant Baryonyx. Gehst du ein bisschen hinten noch zur gelben Wand dahinter hier? Weiß nicht, ob das hier schon zu dicht ist. Äh, ich kann sowieso nicht setzen. Oh, okay. Auch nicht hier, wo ich bin oder so irgendwo. Nö, hier nirgendwo. Oh. War zu easy gewesen. Ein Stück weiter oben nochmal probieren, aber ansonsten... Ne. Vielleicht nochmal direkt am Eingang oder so. Vielleicht geht da nochmal was. Also, ich weiß gar nicht... Ich... Seht... Seht ihr das? Dass ich direkt auf den Baum stecke? Ja. Stimmt. Ich hol uns mal hier weg. Naja, bitte. Aber ich kann halt nicht... Ne, das wird nichts. Doch. Bleib so stehen. Ne. Nicht? Aber jetzt komm ich zumindest wieder raus. Ach so. Na ja, dann bin ich der... Oh, da ist es noch angekommen. Ne. Ne, derárbar ist auch weit. Okay. Hab's look gesagt, ich will mitnehmen. Nee. Bitte noch nicht kommen. So. Mal ein bisschen aufräumen, ja. Ja, sonst kommen wir hier nie wieder weg. Ja, 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 ja! Wir kommen jetzt schon kaum weg. Ne. Wollen wir mal ein zweites Transporter? Nein, ja, ja. Wir müssen vielleicht einfach mal eine andere Spawn-Ecke machen, jetzt wird hier langsam immer enger mit so großen Tieren. können wir jetzt oder? ja jetzt also da steckt oder nicht? oh 654 polymer habe ich noch mal ach so hier geht es ja wieder nicht durch und 3600 schittinen ja ja wir sind es und da können wir sogar vielleicht noch schnell die stromgerilwehren bauen ich habe 1100 schittinen, 7000, ne 7000 schittinen 1100 von dem mehr was ist denn hier? was willst du denn von mir? ich stolpere hier über die scheiß hebelzahntiger kommst du auch nicht dran vorbei an dem zeug dein spino führerschein, den ist auch normal ja, den habe ich halt besoffen gemacht mit den richtigen 500 polymer und 2016 und eine i-fanka kino ausklauern ja, weiß ich nicht aber ich muss erstmal aus diesem gummianzug raus hier in der sonne gleich hier im dings reinschmeißen, ne? das gute, äh, shitty im chemiebenschen ach so, ja äh, nö, pack doch normal also wegen zement zement haben wir doch im sand am Meer ja, zement haben wir, genau ach so, ja, entschuldigung von den schnecken kriegen wir doch zement die guten schnecken oder Sachen, eure anzüge könnt ihr mal reparieren danach hab ich mal ein bisschen polymer reingetan hab ich jetzt so ein bisschen im Spino gelassen bin ein bisschen langsam unterwegs gerade ja, ich kann mich gar nicht mehr bewegen ich hab zu viel krass ja, nicht schlecht so, dann haben wir auch hier, ähm alle, äh, Artefakte, glaub ich, haben wir jetzt müssten wir haben ganz wacht? ja, ich glaub, wir haben alle jetzt hier sind's alle sehr gut, haben wir gut gemacht Wiedelsteine im Applikator ja wie viel sind denn das? 4 6 9 2 3 4 warte mal 1 2 3 4 5 6 ja, 9 sonst ok ich fordere mich alle haben, du hast nix an ich mich beschweren oder so, aber du hast nix an ja 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 das ist ja gut, ich ziehst das stimmt ja vor du hättest nix anzuwenden wollen wir das ändern? ich zieh mich ganz schnell aus ja wird so haben wir noch einen Speer? ich will mal den Skin ausprobieren ja, ja spiel sind, also Pike geht ja auch spielst ne Pike habe ich schon in den Schrank Pike ja, aber hier im Schrank die Anzüge irgendwo reinschmeißen zum Reparieren ja Fabrikator ja so sieht er aus ach wat Dino Ding ins Strand vorne ja sag ich mal ach so ich steche dir ins Auge super ey warte mal du hast ja Popel in einer anderen Sekunde ja 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 toll prima ja bin auch begeistert wir kommen wieder in den Schrank so sieht's aus so, alles klar gut und kannst du den Kopf teilen was kannst du den Oberteil nicht reparieren wahrscheinlich weil bis gerade im Blauerobe ohne Edelsteine gefehlt haben ja, das hat er mir nicht angezeigt aber jetzt geht's wirklich okay alles klar wir machen mal Schluss hier jo, jetzt ist Feierabend aus dem Haus für heute ja wohl Gott sei ne, wir sind ja schon um Gottes willen oh 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 holla die Waldvieh so, dann ganz schnell tschüss jo jo macht's gut auch rein Tschüss Tschüss